Erfolg in Karst ist heute das Motto und die Website ist frisch freigeschaltet und jemand, der mitgeholfen hat, den roten Knopf quasi virtuell zu drücken, der steht hier mir. Bei uns war heute in Karst Ebert Ginger, herzlich willkommen. Gott zum Gruß, hallo. Ebert Ginger, welchen Wert haben in der heutigen Zeit für kommunale Anbieter multimediale Standortbroschüren? Multimediale Standortbroschüren finde ich ausgesprochen wichtig. Es bringt den Erfolg, nicht zuletzt auch den Erfolg hierher nach Karst und ich kann denjenigen, die sich dafür entscheiden, für diesen neuen Weg nur viel Glück und Erfolg wünschen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass ohne diese modernen Möglichkeiten man den Erfolg nicht haben wird. Deswegen glaube ich daran, sich so schnell wie möglich an diese neue Wege zu gewöhnen und damit zu arbeiten.